Der ist noch nicht ganz beim Haufen und ja, das ist die beste Taktik. Ach ja, und wenn ihr einen guten Mod findet, der nicht so Probleme macht, dann dürft ihr ihn gerne schicken. Aber natürlich werde ich euch diesen Mod komplett durchspielen, wenn meine Motivation nicht sofort in die Knie gerät sinken. Sehr wohl, roter Häupling. So, da haben wir das. Jetzt haben wir wieder Minus oder haben wir jetzt endlich Plus? Ja, Plus. Ich will es nicht... So, Königsmeldungen aus, das interessiert mich jetzt nicht. Ah, wir haben eine Bevölkerung, gut. Vierter Platz. Ja. Wieso verlorene Truppen? Fünf verlorene Truppen. Ah, wahrscheinlich, weil ich sie verkauft habe. Ja, klar. So, wir haben das Rathaus hier gebaut. Und werden jetzt eigentlich den Kornmarkt bauen. Der hat ja Steiger von Handelskülle. Ne, wir machen mal die Minen, die sind vertragreicher. Dann machen wir hier wieder auf Hoch. Ja, Gelb ist noch in Ordnung. So, und hier... Ähm... Gibt's noch keine... Hier auch nicht. So. Wir speichern mal Japan 2. Äh... Japan 2. Und greifen sie an. Sie hätte sich vernichtet, denn niederlagert es. Ja! Ähm... Wir besetzen sie einfach. Der Mönch sorgt für Ordnung. Das haben wir jetzt eigentlich für eine Religion. Und Buddhismus wahrscheinlich, oder? Ähm... Siedlung. Detail. Ja, Buddhismus. Und ist noch relativ gut. Wir werden alles einnehmen. Buddhismus. Aufruhr. Ja, sicher. Wir werden aber hier auf sehr hoch stellen. Die Mauerreparion. Sorry. Tut mir leid. Komm. Plötzlich. Ähm... Wir machen einen Trampelpfad. Und sonst... Alles in Ordnung. Zum Führen bereit. Ja, Meister. Bewege mich laut. Ja, mein Herr. Wenn ich könnte, würde ich... Morgen geht die Reise weiter. Angreifen. Und machen hier einen zweiten... Kaufmann. Der zum anderen Gold geht. Kann ich noch recht viel verdienen. So, ich kurz was trinken. Meine... Ich würde mal ein bisschen... Tröcknet aus. So. Nur einen Schluck. Weil ich habe so ein bisschen Probleme... Mit dem Rachen. Also... Tröcknet mir schnell aus, wenn ich viel rede. Oder wenn ich den Mund offen habe. So, ähm... Wir könnten mal ein paar... Ja, nein. Wir sparen noch ein wenig. Aber hier... Können wir... Ein paar Krieger... Verkaufen. Ich weiß nicht, was... Was besser ist. Welche Truppen... Eigentlich bräuchten wir die guten nicht. Die sind zu teuer. Viel zu teuer. Die auch. Da sind ein paar aber richtig... Teuer. Über 200 geht mal ganz und gar nicht. Ich weiß es jetzt nicht. Soll ich... Die jetzt weg... Schieben... Weg... Bringen... Und ein anderes... Reich... Wie lautet euer Befehl? Bauele zwischen den Bäumen. Äh... Suchen. Also ein anderes. Ich werde mal hier hoch gehen... Und mit denen werde ich mal hier runter gehen. Mein Herr. Und zuerst... Sammeln wir die ein. Segel setzen. Ähm... Ich habe eben Angst, dass die nicht genug loyal sind. Können wir das irgendwie sehen. Ich möchte sie nur ungern... Äh... Rausdenken. Und dann werden sie korrupt. Wohin geht es? Deshalb lassen wir das mal hier. Wir... Müssen jetzt nicht unbedingt... Also hier bei den Philippinen gibt es sicher irgendwas, aber es gibt keine Siedlung. Ich verstehe das nicht, wieso es hier keine Siedlungen gibt. Nirgends. Könnte es sein, dass hier überhaupt nichts ist. Hm... Aber... Ding gibt es... Äh... Gewürzeugs. Wahrscheinlich gehört es hier oben dazu. Aber dann ist das ja gigantisch. Ah... Wahrscheinlich sieht man es nicht, weil ich es noch nicht aufgedeckt habe. Weil hier ist dann auch nirgends... Da ist eine Siedlung. Dann gehört diese Siedlung hier überall. Hm... Ich könnte mal cheaten. Also die Karte aufdecken, dann sieht man es. Aber... Möchte ich das? Es ist nicht ein bisschen zu sehr verraten. Naja... Ich werde einfach nicht zu den... anderen Völkern schauen. Und diese haben sicher noch nicht viel erobert. Deshalb... Mache ich diesmal. Nur zum Schauen kurz, ob es Siedlungen dort unten gibt. Das ist ja nicht zu sehr gecheatet. Also ich werde mal schauen, wie der Cheat geht. Und dann werde ich es direkt wieder weg machen. Bis dann. Gleich. Bis gleich. So... Ich habe geschaut und es gibt ein paar Siedlungen. Hier zum Beispiel von Borneo. Hier unten in Australien gibt es drei. Dann gibt es hier irgendwo noch eine Siedlung. Und hier unten... Also es ist genügend. Aber das Problem ist einfach, dass... dass... die Ming-Dinastie... hier... ein... Reich haben. Also eine Stadt. Ein Land. Wir werden relativ früh... die Ming-Dinastie angreifen. Die werden uns wahrscheinlich zuvor angreifen. dann sitzt du gerade gleich sehr gut. Und... ähm... Jo... Ja! Dann ist... hier relativ sicher. Haben wir hier die Sicherheit. Und wir werden uns von hier runter... bis nach... bis hier runter... Was will ich mir hier... Sche rempen und dann hier... irgendwo glaub ich... Hier ist das... Ist die Siedlung. Und ja... ähm... Sonst habe ich nichts angeschaut. Und ich wollte auch nicht庭ern und... vorher sagen und was passiert und so. Und so... Deshalb... hab ich es jetzt nicht gezeigt. aber jetzt sind ja dann sehr schnell zehn okay ich weiß jetzt nicht drei gelbe ist ein bisschen schwer weil hier wechselt es sehr schnell wir schauen uns hier mit dem Spiolen doch ein bisschen mehr um und gehen mit dem Diplomat hier hoch weil dort ist noch ein anderes Reich und ja jetzt können wir mit dem Chef hier hin und gehen mit dem Soldaten rein mit dem General gut ähm der Ninja der wird mal ein bisschen Unruhe so dorthin jetzt könnten wir mit diesem den anschauen ob der ist zu das ist zu riskant wir gehen hier runter ähm so schlächt sich schon wieder okay wir haben ja auch das Ding verkauft so wir haben ja auch so die Daten verkauft dann sind beide Militär klar mein König? ich werde bis morgen früh ruhen ich bin fertig für euch 27.09.730 hier gibt es mehrere Siedlungen cool die Siedlungen sind also die Städte sind nicht zu sehen ist gut wir werden wir werden eigentlich hier unter schon wieder werden sonst gibt es nichts zu tun der Priester bleibt hier der Kaufmann bleibt hier mein König die zwei habe ich und den auch neue Mission ähm schickt einen abgesondenen ihr bekommt zu Belohnungen ein paar Militäreinheiten brauchen wir zwar nicht momentan aber ich nehme es gerne an das sind drei Siedlungen hier okay Ming Dynasty ist stark aber haben nicht so gute Einheiten finde ich die Minen haben wir fertig wie das aussieht Puckel so Minen verbohnt 25.000 sind aber 8 Runden ich will etwas schnelles bauen wir bauen hier hier in Eto auf Militär und in Hanseung bauen wir auf Rodung Fortbildung abgeschlossen ein Bündnis angekündigt Königreich Portugal König Erspann oh das Tier mal Bündnis ich hatte immer gesehen dass sie Krieg hatten weil sie so nah aeinander liegen auch in Amerika äh wie ihr wirst morgen reise ich weiter das ist der Attentäter der an der Leitung bringen kann im grändischen Reich oder ähm kann der sabotieren ja der kann es sabotieren einfach in einer Stadt ein Gebäude zerstören dann müssen sie es wieder aufbauen ja also reparieren nicht kaufen neu aber reparieren das kostet natürlich auch da können wir ein bisschen den Ding leveln also da haben wir viel vor äh als erstes das Ming Zeugs da Wingspunkts Dynastie der Diplomat ist gegangen der Arf wessen Zeit ist abgelehnt wir sind nicht so dumm als dass wir mit dem Feind geschaffen umführen bereit was was der der ist schon Feind oh da müssen wir aufpassen sonst über Europa sind weil wir haben hier keine Siedlung äh keine in den Siedlungen kein Krieger wie kann ich helfen mein Herr so ähm dann werden wir uns mal an etwas wagen die Segel setzen die haben gar keine Häfen ja Kapitän die haben gar keine Häfen die können ja gar nicht mal angreifen ja Kapitän Segel setzen und wir nehmen einen Krieg äh General auf der ist hier gut Baubericht Ortswache Stadtgarten sehr wichtig und äh äh Kagoshima ähm da tun wir machen wir dieses Land zu einem ja machen wir einen Brunnen der zur blühte Stadt eigentlich die dann im Schloss die Soldaten ausbildet wenn sie gut sind und sonst nicht äh Kieweruss und Russland ich weiß nicht Kieweruss ist glaube ich hier oben ich weiß nicht ob sie alle hier haben oder nur einen oder zwei aber mehr habe ich da noch nicht gefunden von den Preußen her und benötigt ihr einen Weg ja Meister und Russland die sind hier und hier und hier und hier und hier und hier und hier hier hin habt ihr ja schon kennengelernt vor ja sehr wohl mein König aber natürlich mein Herr ich muss schauen wo die sind wahrscheinlich hier irgendwo morgen geht die Reise weiter die führt da nämlich zum Hafen und hier sehen wir schon das Reich blau die Reichsbau gut ähm was haben wir sonst noch zu tun ja mein Herr wir tun das Schiff mal hier für Sekunden pfff mein König ja mein König bin auf dem Weg einfach in die Bucht rein wie ihr wünscht bin auf dem Weg hier gibt es leider nichts und ist noch nicht viel zu sehen ähm wir werden den Spion jetzt zur Unterstützung hier hoch oder wir können einen neuen wir können keinen ausbilden so wir haben hier noch etwas Lautsatz zum bauen und ähm sonst ist eigentlich alles gut wir können weiter machen so haben wir diesmal der Rundenbericht jetzt schon mehr Grün Bau abgeschlossen Kyoto ähm ja oder wollen wir hier wir machen hier mal das Korn zurück wir machen hier mal das Korn zurück sonst ist alles gut auch gleich zwei Gegner Litauen ok sonst ist alles klar ja mein König aber natürlich mein Herr sofort bring dir einen Vorschlag von einem König Hand ist rechte euer Plan bitte lasst uns weiter teilhaben nein wir werden so etwa war das alles dann lebt wohl Hulk das sind die Schiffe wohin geht es Dankeschön schön echt toll wir brauchen Krieg und keine Schiffe kann es sein dass die wenige Truppen momentan haben wenn das so ist wäre das geil wir müssen vorsichtig sein wir bilden aus das nehme ich hier Yari Ashukaru oh die sind schwach so hi sehr lange sehr lange später das wäre noch nicht das wäre nicht schlecht wir werden einen von hier und einen von hier zwei von hier ausbilden und ja warten wieder ähm den Attentät könnten wir noch wie ihr wünscht bin auf dem Weg ja mein König zum führen bereit zum führen bereit für heute ist meine Reise zu Ende sonst alles gut mein Herr hier braucht man etwas hier braucht man etwas hier braucht man etwas hier braucht man etwas stehe zu diensten ja den lassen wir hier oben ja den lassen wir hier oben also äh das ähm das schwarze Reich wie das Timurin die waren extrem gut ich weiss nicht ob wir hier auch dann dann so gute vorfinden aber irgendwie haben die sehr viele Vorteile und deshalb müssen wir aufpassen weil wir kommen bald in ihr Reich und ja es kann gefährlich werden so dann haben wir die ersten sieben Runden mal abgeschlossen und schauen dann nächstes mal noch ein bisschen Zunder zum Kriegeln okay bis dann euer Draugwasser bis zum Kriegeln